Die SIM-Karte auf dem Samsung Galaxy S6 einlegen und entnehmen Um eine SIM-Karte in Ihr Samsung Galaxy S6 einzulegen, müssen Sie das Gerät zuerst nach links drehen, um den rechten Gehäuserand zu sehen. Hier befindet sich der Einlass für die SIM-Karte. Beachten Sie bitte, dass eine Nano-SIM-Karte benötigt wird. Diese erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter. Sie entfernen den SIM-Kartenträger, indem Sie das mitgelieferte Steckplatzwerkzeug in den dafür vorgesehenen Einlass stecken und es dann hineindrücken, bis sich der SIM-Kartenträger löst. Jetzt können Sie das Steckplatzwerkzeug wieder entfernen und den SIM-Kartenträger mit Hilfe eines Fingernagels vorsichtig aus dem SIM-Einlass herausziehen. Beachten Sie nun die kleine Abbildung und legen Sie Ihre SIM-Karte nun genau so in den SIM-Kartenträger ein. Wenn die SIM-Karte richtig eingelegt ist, können Sie den SIM-Kartenträger vorsichtig zurück in den SIM-Einlass Ihres Samsung Galaxy S6 schieben. Drücken Sie den SIM-Kartenträger jetzt sanft in den Einlass hinein, bis er merklich einrastet und bündig mit dem Gehäuserand abschließt.